So, guten Tag zusammen, ihr wisst ja, bei mir gibt es immer wieder neue Informationen, heute das dunkle Machenschaften-Paket. Wir gehen mal ganz schnell auf alle 6 Items ein, die wir bekommen, das Ganze halt für 16 Euro. Persönlich finde ich eigentlich ein Top-Angebot, weil du kriegst halt wirklich 3 Skins, jetzt auch nicht gerade 3 hässliche, dann kriegst du noch eine Pickaxe und 2 Rücken-Accessoires, wenn du allein schon überlegst, was die 3 Skins kosten würden. Also da bist du schon deutlich günstiger. So, wir bekommen einmal dunkler Jonesy, sieht nice aus, sieht zwar so ein bisschen aus wie von Frankensteins, dann haben wir die dunkle Rote Ritterin, ich finde die Skins schon nice, also ich wollte sie mir damals eigentlich schon fast kaufen, aber die Frage ist halt, spiele ich sie dann ja oder nein. Und ihr seht auch hier an der Jacke, man sieht immer noch, wie die Zeichen über den Rücken laufen, also wirklich nice gemacht, das ganze Paket. Dann noch das passende Rücken-Accessoire, dann der Würfel und jetzt kommt natürlich die Pickaxe. Die Pickaxe ist natürlich wieder interessant. Durch den Effekt, naja, das ist schon nice. Wie gesagt, das Paket kostet halt 16 Euro und kann nicht verschenkt werden. Juhu, ich kann nicht beschenkt werden. Also wenn ich es haben will, muss ich mir selber kaufen. Ich hoffe, ihr habt mit dem Paket Spaß und dann würde ich sagen, war es das eigentlich auch schon wieder. Wie gesagt, wenn ihr euch das gönnen wollt, natürlich auch gerne mit meinem Creator-Code yt-familyhack und in dem Sinne euch auf jeden Fall viel Spaß damit und haut rein.